hallo liebe freunde der virtualisierung proxmox beglückt uns heute mit einem update namens 8.1 und ich bin jetzt derjenige welche der euch das vernünftig einfach mal aufzeigt was die highlights sind und wir gucken uns natürlich genau an was passiert ist also direkt schnell rein in die release notes und wir fangen natürlich ganz oben an version 8.1 ziemlich genau genommen eigentlich ihr seht hier oben 8.1.3 deswegen nicht verwundern wir sind schon ein stückchen weiter aber was sind die ersten highlights sozusagen das ist natürlich die erste große zusammenfassung bookworm 212 2 der kernel 65 ist jetzt stable default heißt aber auch der hat sich vom namen her so ein bisschen geändert ihr kennt das vorher pv headers pv kernel und so weiter heißt jetzt proxmox headers und proxmox können also nicht wundern wenn ihr irgendwie mit dem körnchen rumwurstelt der name hat sich ein klein wenig verändert und zu den anderen versionen 812 coemo lxc 502 zfs 220 was das alles bedeutet im einzelnen kommt natürlich alles im detail bei den releasen aber fangen mit den highlights an deswegen sind wir hier als allererstes secure boot ich glaube das ist ein feature wo wir lange im linux irgendwie darauf gewartet haben gerade besonders im proxmox umfeld unter windows 11 kennt ihr selber wahrscheinlich auch windows server ab 2019 vermute ich ist es ja vorgegeben das heißt eine windows 11 installation lässt sich schon gar nicht mehr bewerkstelligen ohne secure boot und jetzt haben wir die möglichkeit proxmox ganz normal während des installers in secure boot zu heben bzw zu booten bzw auch zu installieren es gibt aber ein kleines aber bevor ich jetzt sagt seid bitte vorsichtig es gibt die dokumentation secure boot setup nachträglich zu machen und die haben wir es auch switching an existing installation to secure boot und hier steht auch ganz klar make sure you have working and well tested backup for your proxmox wie host das macht die sache noch nicht ganz einfach denn ein backup selber vom proxmox wie host muss man sich selber zusammenwursteln proxmox bietet da selber gar keine möglichkeit deswegen obacht bevor ihr das macht und ihr auf einmal an euer system nicht mehr drankommt weil das secure boot sagt ich habe hier irgendwo was in deiner firma oder sonst wo gefunden seid lieber vorsichtig macht es lieber erstmal mit innen im test system bevor ihr wirklich an euer system nicht mehr rankommt denn ihr seht die steps es sind schon zwei drei steps die man irgendwo machen muss ich empfehle da ganz klar eine existierende version bzw existierendes system umzuwandeln lasst es eher lieber sein obwohl eine anleitung da ist wenn lieber eine frische installation egal ich weiß für mich auf jeden fall bei der nächsten installation von einem proxmox wird auf jeden fall secure boot aktiviert das ist schon mal klar kommen wir zu einem paket was ich schon weiß nicht anderthalb jahre mindestens schon das hat so lange her ausprobiert habe getestet habe und hier steht es ist moved from experimental to supported worüber reden wir software defined networking direct integrated in proxmox v und ihr könnt euch vielleicht daran erinnern wir haben rum gespielt mit diesem ganzen thema wie xladen also sozusagen auf layer 2 ebene verteilte netzwerke über meinetwegen sogar eine vpn leitung und so weiter und so weiter aber das ganze wurde jetzt noch super krass erweitert es gibt noch ein kleines aber aber da kommen wir gleich so wir gucken uns das ganz normal mal live an also wenn wir jetzt hier reingehen unter stn hat sich nicht viel verändert wir können unsere zonen definieren ihr kennt das wie xladen vpn also die krassesten network sachen deswegen es ist auch so ein level spiel jetzt wer kann damit überhaupt was anfangen und jetzt mit diesem update können nämlich viele 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 leute was damit anfangen weil wenn wir im mode simple sind können wir einen local dhcp server betreiben das heißt hier unter wie netz da sieht das auch wie net könnt ihr jetzt eigene netze definieren ich mache es ein bisschen größer könnt ihr eigene netze definieren und diese eigenen netze können sogar eine eigene dhcp range haben das heißt der proxmox selber betreibt ein dhcp server local nur und classarbeit natürlich nachher worüber wirklich lokales ipam gemacht wird jetzt kommt das kleine wehmutstropfen genau dieser point mit private beziehungsweise in im sdn-zone simple mit dhcp server local ist irgendwie momentan noch in der testing proportion also ich habe es ausprobiert es geht nicht zumindest nicht mit meiner geupgradeten version denn man muss wenn man das ganze geupgradet hat leider momentan noch mit so ein paar sachen nach installieren hier oben steht sdn core muss man also bei einer abbeupgradeten version nach installieren auch den dhcp ipam muss man nach installieren wenn man das frr haben will muss man nach installieren das steht aber auch da bei der frisch installation ist das standard gemäß jetzt mit dabei und es wird auch wenn man von der version 7 auf 8 kommt wird auch mit installiert automatisch weil sitzen weil jetzt jetzt eine ganz normale abhängigkeit ist hat man es allerdings bei 80 nicht gehabt wird nicht installiert sondern wird einfach vorausgesetzt dass es ihr wieder ist aber war nicht da das heißt ich habe momentan folgendes problem ich habe das ganze hier eingerichtet wie ihr seht mit einem local mit einem local sapnet habe mir das ganze jetzt eingehängt und hier einfach eine virtuelle maschine rein geklebt und habe hier gesagt wie net 1 ganz einfach also mein lokales meine lokale simple zone und darüber sollte er sich jetzt eigentlich per dhcp was ziehen geht nicht geht nicht wie gesagt kann sein dass ich eine upgradete version von 80 und das ganze nach installiert habe kann ich jetzt gerade nicht beweisen mache ich aber im nachgang denn eigentlich sollte er sich da jetzt ganz normal ein paket ziehen was man sogar sieht unter system lock sieht man in teilen habe ich eben gesehen dass eine maschine anfragt ich will eine ip-adresse haben geht aber nicht da haben wir es der cp-paket received und wie net 1 which has no address das könnte jetzt eine sache sein im zuge von wegen wo ich jetzt hinkommen wenn wir jetzt wieder da reingehen stn weil jetzt wird es nämlich spannend und geil bietet uns proxmox an und das ist das was ich hier auf diesem kanal hoch und runter erzähle ipam netbox php ipam das heißt ich habe netbox vorgestellt ich habe php ipam vorgestellt als ipam produkte für die dies nicht wissen ip address management produkte die free for use sind das heißt die ganz normal frei und open source sind die man nutzen kann gerade netbox da kann man alles drin verwalten das heißt wir haben jetzt hier eine automatische schnittstelle über api zur netbox das heißt wir können unsere komplette box box environment tuto komplett über netbox abhandeln und nicht nur das nicht nur dokumentiert dokumentatorisch wie auch immer mit dokumentieren sondern auch das ip address management mittels der cp auch noch aus dieser kiste rausholen also das ist schon ziemlich ziemlich geil das wird aber im expliziten video getestet weil geile feature genauso mit php ipam einige nutzen das das ist schon so ein richtig uralt produkt was aber immer noch gepflegt wird und einfach mega ist so aber nicht nur ip adressen sind ziemlich geil geworden mit der integration sondern auch zu einer ip adresse gehört immer ein gültige hausnahme glaubt mir gültige hausnahmen sind gerade in so environment super wichtig also schaut mal hier power dns power dns ist auch das was ich verwende mit meinem eigenen produkt ipv 64 da oben ist das logo selbst das benutzt auch ich power dns mega tool kostenfrei kann alles 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 ist jetzt hier integrierbar ganz normal direct in box box naja und wenn man das ganze dann halt eben lokal benutzt und fernab davon guck mal hier in diesem fall hat es jetzt dann doch scheinbar mal funktioniert jetzt bin ich echt begeistert denn eben ich habe das thema probiert ging nicht haben wir jetzt ein integriertes ipam wenn der lokale dhcp halt eben sagt alles klar ich vergib jetzt die ip-adresse scheinbar ich weiß nicht wieso jetzt macht das ihr seid live dabei maschine 105 habe ich gerade gestartet hat eine mac adresse bekommen eine ip-adresse also hat eine mac-adresse sich automatisch generiert beim erstellen und hat jetzt eine ip-adresse bekommen namens 10 7 0 10 das was ich definiert hatte jetzt bin ich selber gespannt wenn ich jetzt hier die tieren sagen ich kann sogar die ip-adresse vergeben cool was passiert hier hinten auf dem platz mecker was ich kann denn der cp mapping also zu einer mac-adresse direkt selber eine ip-adresse vergeben geil also das gibt natürlich gerade in diesem ganzen netzwerk stack eine riesen einfach viel größere neue möglichkeit folgen also ich nehme alles das was ich vorhin im video gesagt habe wieder zurück und sagt läuft scheinbar naja wie schon gesagt das werden wir wirklich explizit noch mal in einem expliziten video definieren weil oder zeigen weil einfach mega 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 so jetzt kommen wir zu einem neuen mega 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 ding was auch sehr geil ist wo ich sagen wir mal auch lange darauf gewartet habe weil die vorherige installation dafür oder integration war einfach scheiße ich rede vom benachrichtigungssystem und da haben wir jetzt ein nehmen wir es mal voll integriertes benachrichtigungssystem auch noch mit seiner kleinen gewürzmischung aber egal wir haben einen integ eine integration von einem notification system geben wir auch ein unter notifications im datacenter bereich haben wir jetzt notification targets und notification matches lasst uns bei den targets anfangen da seht ihr wir haben drei möglichkeiten eine davon kennt ihr bereits das ist das was vorher drin war namens send mail also wirklich das einfache versenden ohne großartige informationen ohne smtp server einfach send mail local system ende das ist natürlich weiterhin da aber wir haben jetzt vollständig smtp drin das heißt wir können richtig jedes server definieren und gotify für dies nicht für die die gotify nicht kennt ich verlinke euch das hier einfach mal habe ich ein video darüber gemacht gucken wir uns aber an also als allererstes fangen wir an mit smtp weil das ist so denke ich mal das meistgenutzte ich gehe jetzt einfach mal auf modify da habe ich einfach mal die daten von mir eingetragen und ihr seht wir können jetzt wirklich einfach alles einzeln eintragen von einem smtp server von irgendeiner mailbox die wir vielleicht selber betreiben was auch immer was wir können das also jetzt endlich über die einfache easy going gui machen und funktioniert sauber und gut ich glaube dazu muss ich glaube ich nichts weiter erklären aber was vielleicht noch mal eine kleine erklärung ist ist dieses thema gotify gotify ist ein kleiner bei mir gehosteter docker container der auch ja zumindest fetten support for android phones hat für iphone naja nicht so wirklich also nicht so tief aber es ist ein notifizierung server der wirklich ja push nachrichten dann auch dein handy auf dein smartphone auf andere apis weiterleitet schauen wir uns an das ist dieses kleine tool hier nur und da können wir uns jetzt einfach notifications reinpumpen lassen von proxmox selber das heißt schaut einfach mal rein ich gehe jetzt hier auf gotify drück auf test absenden klang das ganze kann ich jetzt in meinem windows auch integrieren dass das ganze japan auf popp wie blöd und auch töne von sich gibt und so weiter ihr habt das test notification von proxmox und ich bekomme halt wirklich einfach nachrichten das heißt wie gesagt ich kann das jetzt hier auf meinem pc noch mit ping pong und sonst was alles aktivieren ich kann es auf mein handy schieben ich kann diese informationen per api weiterleiten zu anderen monitoring system geht alles gotify schickes kleines cooles tool so jetzt kommen wir aber zum etwas komplizierteren part beziehungsweise der ist schon sehr gut durchdacht nur da hätten sie zumindest noch eine sekunde kleinen gehirnschmalz reinhängen können das ist jetzt ja schön und gut dass wir hier sachen senden können aber wir wollen das ganze jetzt natürlich auch noch matchen wann wird denn wohin mit welcher bedingung was gesendet ist klar dass man sowas einfügen muss aber lasst uns mal kurz reingehen weil da muss man sich nämlich eine sekunde rein denken also wenn wir jetzt einfach mal neue notification matcher hinzufügen das ding brauchen namen völlig egal aber jetzt kommen die regeln fangen wir oben an man kann nämlich schon mal auf all klicken und da können wir definieren welche der folgenden regeln die wir definieren entweder alle treffen müssen oder es muss nur irgendwie eine treffen oder halt eben nur ja alle die und eine trifft es irgendwie nicht oder keine trifft das davon also sagen wir so um alleine diese negierungsarbeit im kopf von den regeln her ist schon ein bisschen schwieriger wir lassen jetzt einfach mal alle regeln treffen weil es ist einfacher trotzdem denkt dran ihr habt die möglichkeit auch negierungen zu machen und auch zu sagen nur eine soll treffen von den vielen also es gibt möglichkeiten aber jetzt gehen wir erstmal rein in die regeln an sich selber und da kann man dann wirklich erstmal definieren ja für welche maschine in welchem zustand und besonders auch wann zum beispiel match field sagen wir jetzt mal match type exec ihr merkt schon es wird ein bisschen komplizierter denn wir haben auch die möglichkeit regex es zu machen es gibt ja die menschen die regex lieben und leben und es gibt die menschen die regex hassen ich sag mal verstanden haben schon aber nie gelernt haben regex zu schreiben und besonders nicht selbst zu schreiben dazu zähle ich definitiv regex ist so eine sache entweder man liebt es oder ja man akzeptiert ist dass es das irgendwo gibt ich zähle zur zweiten kategorie brauchst immer mal wieder und fragt dann einen der sich auskennt aber trotzdem regex toll super braucht man ist ist wirklich wenigstens etwas was funktioniert so wir sagen jetzt einfach mal exakt und jetzt kommt nämlich so der kleine wo ich sage auch leute warum denn also ich kann jetzt sagen type irgendeinen typ und da wird jetzt gefragt ja was denn value äpfel fragezeichen berühmt wird halt einfach nicht erklärt wird halt einfach nicht erklärt das heißt man muss irgendwie mal in die in die dokumentation wieder reingehen ich hätte mir auch hier ein drop down fällt irgendwie so ein bisschen gewünscht wenn ich hier schon sagt type und wenn man jetzt wirklich man die dokumentation reingeht findet man eigentlich nur die es wirklich hier auf übersetzen findet man hier eigentlich nur die fünf sachen package update fencing vz da am system evil diese fünf sachen hätte man jetzt auch als drop down fällt da irgendwie rein pumpen können irgendwie schwierig musste auch erst mal suchen wollen die denn jetzt von mir hier mit type also egal also ich kann jetzt hier zum beispiel sagen vz dump damit ist dann gemeint alles klar wenn also irgendeine notification im vz dump thema aufkommt schicke mir bitte mit diesem matcher dann eine nachricht zu meinem target gottify und oder e mail das kann ich angeben so jetzt geht aber weiter ich kann nicht nur sagen okay was sondern ich kann halt eben sogar zum beispiel auch sagen ja mit welcher servity also mit welcher mit welchem schweregrad also ich kann dir sagen info notice warning error unknown und so weiter das heißt ich kann sagen aber ich will gar keine infos haben das interessiert mich gar nicht dass ein backup gelaufen ist ich will über diesen weg nur eine info haben wenn irgendwas kaputt gegangen ist das heißt also ich mache jetzt einfach mal info notice raus und das einfach mal warning error unknown drin stehen damit komme ich natürlich zu diesem topic nur eine info über diesen weg wenn irgendwas ja nicht gelaufen ist also ihr merkt in kombination kann das ganze kompliziert werden und das ganze kann man sehr filigran aufblasen aber trotzdem das ist vielleicht doch eine interessante sache wenn wir jetzt eine weitere regel hinzufügen die lautet match kalender weiß man dieser wort kalender ist auch immer ein bisschen schwierig ich kann jetzt hier wieder definieren okay wann soll denn diese regel nur matchen aber auch das thema ist eigentlich sehr interessant weil jetzt stellt euch mal die situation vor bleiben wir beim backup backup läuft nicht die mitarbeiter sind in der regel nur tagsüber da und bekommen dann ganze eine e-mail in die mailbox jetzt haben wir aber zum beispiel eine rufbereitschaft eine rufbereitschaft wäre vielleicht ganz nett wenn die eine push notification nicht nur per e mail bekommt weil derjenige sitzt ja schließlich schlafend irgendwie zu hause oder sonst was sondern wir können halt eben dann mit einem target in dem fall haben wir jetzt nur ein gottify könnten wir das ganze auf einen expliziten rufbereitschafts handy sozusagen pushen und derjenige bekommt eine aktive meldung statt nur eine e mail und nur in dem zeitraum wo die rufbereitschaft aktiv ist naja zusammengefasst in kombination von diesen drei sachen kann man sich da unzählige sachen zusammen basteln wann wie wo über welche wege halt eben irgendwas aktiviert wird wünschenswert für die zukunft auch da wieder ich spreche immer auch in diesem video zu den proxmox leuten als targets könnte man noch so ein paar andere sachen machen dass man zum beispiel sagt gibt mir mal die schnittstelle dass ich hier eine eigene https schnittstelle einfach hinterlegen kann wo ein eigener jason string einfach versendet wird es ist relativ easy also ein einfacher curl oder post ein ganz normaler post befehl wo ich einfach selber an irgendeine schnittstelle was senden kann was ich mir auswähle das wäre quell offen das hier ist jetzt wieder vorgegeben mail und gotify es wäre toll wenn man hier ein http post request definieren könnte weil dann kann ich nicht nur zwei produkte dann könnte ich 1000 produkte integrieren also liebe proxmox denkt mal darüber nach einen einfachen http post requester zu integrieren es wäre ja schön so wir sind echt abgekommen von dieser ganzen roadmap ich habe mich jetzt sehr in den zwei sachen hier vertieft aber das sind auch die zwei super haupt augenmerke eine erwähnung ist das auf jeden fall wert dass proxmox setzt seinen eigenen unique identifier hat im mac address bereich ihr kennt das wie hersteller wie broadcom oder sonst was haben auch immer ein identifier von ihren netzwerkkarten und proxmox hat jetzt auch einen eigenen identifier namens bc2411 und dieser ist jetzt auch in euren system wenn ihr ein upgrade gemacht habt hardcore integrated das heißt virtuelle maschinen haben diese mac adresse erst mal standard gemäß wenn irgendein netzwerk adapter ausgerollt wird könnt ihr selbstverständlich wieder ändern im datacenter unter options taucht diese option jetzt auf könnt ihr ganz normal ändern trotzdem herzlichen glückwunsch an proxmox bc2411 kostet mit sicherheit proxmox auch ein bisschen kohle gehört jetzt der proxmox organization aber gehen wir weiter in die roadmap ihr seht jetzt kommt es scroll 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 ich habe mir jetzt mal noch ein paar themen rausgesucht die vielleicht interessant für euch sein können fangen wir nämlich zum beispiel immer an mit dem thema balk actions da hat sich nämlich etwas getan und das ist auch interessant für größere umgebungen wiederum da haben wir nämlich jetzt unter den balk actions muss ich schauen balk actions sagen wir einfach mal suspend sind jetzt filter reingekommen das heißt dieses thema tags hat ja vor ein paar monaten einzug gefunden und wir können jetzt sozusagen unsere balk actions und da wird mit sicherheit bald noch viel mehr kommen können wir jetzt filter das heißt nicht nur wir werden jetzt hier klick 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 diese 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 maschinen aus sondern wir können sagen include text also alle maschinen die irgendwie meine docker environment darstellen aber halt eben auch die irgendwie in meinem productive umfeld sind sollen jetzt von dieser balk action betroffen sein ihr habt gerade im hintergrund gesehen die virtuellen maschinen wurden weniger ich gewähl das noch mal weg klack zwei maschinen dann sagen wir hier nicht nur docker sondern alle also wir können jetzt einfach in den balk actions ein bisschen tiefer filtern und sagen nehmen nur meine non productive maschinen mal runterfahren weil gründe xy wichtiges thema denn für große umgebungen echt wichtig man muss sich da immer zusammen klicken das heißt das ganze thema filter text und so weiter integriert sich immer weiter denn in der gui wird auch nicht geschlafen schaut mal eine kleine kleinigkeit hat sich auch hier geändert wenn man nämlich jetzt auf einem elixir container ist sehen wir hier oben auch um welches betriebssysteme sich handelt bleiben wir weiter in der gui wir haben es eben mit dem das thema angesprochen mit der mit safe boot auch das sehen wir jetzt hier gut mode es ist jetzt gerade ein bisschen groß hier auf der anderen seite sehen wir dann da wie viel in meinem falle also ich habe kein secure boot aktiv ich werde auch in meiner bestandssystem jetzt hier mit diesem system nicht machen für unsere windows geist die häufig windows systeme ausrollen hat sich eine kleinigkeit hier verändert in create virtual machine wenn wir jetzt hier eine maschine angeben wenn wir hier in der regel aus wir wollen jetzt hier windows installieren also legen wir unsere windows server windows 11 iso ein aber wenn wir jetzt hier auf der rechten seite windows anklicken können wir jetzt eine wird driver sozusagen hinzufügen aber auch jetzt wieder ganz ehrlich vielleicht denke ich immer zu weit und zu komplex ganz ehrlich wenn man sich über sowas hier gedanken macht und explizit sagt ich will jetzt hier wird driver sozusagen hinzutecken da passiert jetzt nichts anderes dass ich ein weiteres cd laufwerk sozusagen hinzufügen aber ganz ehrlich box box ich weiß nicht ob ich zu kurz denke dann führt doch auch die scheiße ein dass die wird driver irgendwie mit einem knopfdruck die neuesten heruntergeladen werden oder ich so ein drop down hat wo ich sagen kann das sind die letzten zehn entweder latest oder was auch immer was dass die automatisch gedownloadet werden das bringt mir jetzt nichts weiter dass ich jetzt beim create prozess direkt die video treiber einhängen kann dann denkt doch einen schritt weiter und ladet jedoch direkt für mich irgendwie runter hier mit dem knopfdruck download oder sonst was das wäre innovativ das da ist einfach nur ich habe die gui irgendwie erweitert und ich sag geht jetzt toll das kann ich auch nachträglich in meiner virtuellen maschine machen das ist natürlich ja egal so weiteres im prüfen natürlich wir haben eben das notify system sozusagen angesprochen das notify system muss sich natürlich auch jetzt in alles integrieren heißt wenn wir jetzt in unseren backups drin sind ich sage jetzt hier mal edit haben wir jetzt hier unter notification mode natürlich das notification system drin das heißt auch hier jetzt beim backup passiert irgendwas kann ich natürlich habe ich euch eben gezeigt als vz backup sozusagen reinschmeißen die frage ist natürlich vz backup was ist denn mit meinem backup die jetzt hier wie bei mir in ein pbs rein fließen das konnte ich vorne zumindest in meinen notifications hier nicht definieren ihr merkt schon dieses video ist eigentlich jetzt schon mal viel zu viel viel zu lang geworden trotzdem schaut euch die release notes einfach mal selber an es sind so 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 viele features wieder hinzugekommen und gerade besonders bug fixes und improvements denn so wie ich zwischen den zahlen gelesen habe ist diese version 8.1 wirklich unter diesem sternenhimmel viele bug fix und performance improvement gerade neuer kernel neues zfs system wie das nichts neues zfs neue zfs version da habe ich auch zwischen den zeilen was gelesen gerade wieder mit dem ram allocation bei zfs also ihr werdet mit sicherheit wahrscheinlich auch in großen umgebungen die am ende ihrer performance puster reise wahrscheinlich einen kleinen performance improvement wahrscheinlich merken aber das ganze ist immer abhängig von dem was ihr betreibt das video ist damit am ende wenn euch das video gefallen dann würde ich mich über ein abonnement freuen ein kostenpreis und natürlich einen daumen hoch wir sehen uns im nächsten video hat rein